Der 27.07. Ich habe kein Internet, alles ist vorbei, denn ich habe kein Internet. Alles ist verdreckt, nichts mehr macht Spaß, mein PC-Stuhl ist leer, an dem ich immer saß. Ja, das ist auch traurig, ich habe keinen Kontakt zur Außenwelt, alles um mich herum ist verspackt. Gacke, ist das traurig, so hilflos war ich noch nie, ich glaub ich werde sterben, oder wie? Tja. Ich weine jeden Abend unter meiner Dusche, ich laufe nur umher, das Internet, wo ist es, wo bist du? Verlass mich nicht, da ist es, oh doch nicht, scheiße man, das schockt mich. Mr. Deutscher, hier ist deine tote Oma, ich seh aus dem Himmel, dass du keine Internet hast, er macht mich traurig. Kamehameha! Guten App! Könnt ihr es nicht nachvollziehen, dass ich traurig bin, so zu leben, momentan, das ergibt keinen Sinn. Ich könnte mich umbringen, vor den Zug springen, doch das tu ich nicht, lieber fang ich an zu singen. Ich gebe mir die Herzen Offline-Games, Command & Conquer und vermisse dabei die Online-Flames, denn Online macht alles einfach mehr Spaß. Battlefield, League of Legends, da geb ich richtig Gas. Nicht zu vergessen die Supersucht, die sie vermisse ich am meisten, das macht mich fertig, denn sie sind die geilsten und einzigartig. Aus der Seilin Kass, der ist der Beaffenartig. Scherz Bro, du fühlst mir echt genauso, also gib mir endlich deine Nummer für ein Bild vom Scheiß-Klo, yeah. Ich weiß, du möchtest es sehen, also bitte lieber Seilin, lass dich nicht mehr so gehen. Online-Los, Online-Los, ja, das ist Mr. Deutscher. Online-Los, ja, kein Internet, das hat Mr. Deutscher. Online-Los, ja, Online-Los, ja, das ist Mr. Deutscher. Kein Internet, kein Internet, das hat Mr. Deutscher. Das ist einfach nur die größte Scheiße. Ich sitze hier den ganzen Tag rum und mach einfach nur gar nichts, man. Ich muss hier ein verkacktes Lied machen, um diese Scheiße zu kompensieren, damit ich überhaupt klarkomme darauf, dass ich kein Internet habe. Ich kann doch nicht mal Battlefield spielen und da ausrasten, weil irgendwelche Schmutzmensch mich umbringen, man. Das geht einfach nicht auf eine Kuhhaut, man. Ich könnte jeden Tag so ausrasten. Es ist überhaupt die schlimmste Zeit, meine Fresse. Ich könnte so durchdrehen, meine Fresse, Oma, sing die Huck, du, Dome, Fotze. Online-Los, Online-Los, ja, das ist Mr. Deutscher. Online-Los, ja, kein Internet, das hat Mr. Deutscher. Online-Los, ja, Online-Los, ja, das ist Mr. Deutscher. Kein Internet, kein Internet, das hat Mr. Deutscher. Auf Wiedersehen. Kein Internet. Kein Internet. Kein Internet. Kein Internet.